Deine Partnerschaft hat sich geändert, vom Himmelbett ins Höllenfeuer. Er streitet mit dir, er entwertet dich, sagt dir, dass du schlecht aussiehst, macht dich schlecht vor anderen Menschen und es gibt permanent Zoff und Streit. Er ist impulsiv, er ist gereizt und du fragst dich, ob das mal in Ordnung ist oder ob das gesund ist, was mit eurer Beziehung überhaupt los ist. Vielleicht bist du an einen Menschen geraten, der narzisstische Tendenzen hat und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich zeige dir 10 Punkte, an denen du einen Narzissten erkennen kannst. Los geht's! Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir glücklicher zu lieben. Mit den folgenden 10 Punkten sollst du nicht unbedingt wie ein Psychologe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung feststellen, aber es reicht aus, um zu sagen, ja, mein Partner, meine Partnerin hat narzisstische Tendenzen oder nicht. Also los! Punkt 1. Sie sind arrogant, herablassend, entwertend und eigentlich wollen sie damit nur ihr eigenes Minderwertigkeitsgefühl kaschieren. Ihr eigenes Charme, ihre Machtlosigkeit. Und was ist in deren Augen das Sinnvollste? Macht. Macht zu erlangen über andere Menschen. Und so glauben sie unbewusst, dass sie Machtgefälle brauchen und das kriegen sie meistens auf drei Möglichkeiten hin. Entweder du bewunderst sie. In der Anfangsphase der Beziehung ist das sehr häufig der Fall, weil sie unglaublich charmant sein können und total aufmerksam. Du schaust dann zu ihnen hoch, bewunderst sie oder später im Streit fürchtest du sie. Und auch da haben sie das Machtgefälle. Möglichkeit 2. Er muss dich gezielt klein machen, damit er den Abstand zu dir vergrößern kann und er entwertet dich. Das kann dadurch geschehen, dass er dein Aussehen in Schmutz zieht, dir sagt, dass dir das Kleid aber wirklich nicht gut steht oder so in deinem Alter solltest du vielleicht diese Farben doch nicht mehr so tragen. Und vielleicht sind es deine Freunde, die er entwertet. Die sind auf einmal alle blöd und wollen euch oder ihn oder dir nur schaden oder euch nur auseinanderbringen. Möglicherweise sind es auch die Erfolge, die du nachweislich im Beruf hast, wo ganz klar war, das war deine Leistung, aber er gönnt dir deine Leistung nicht. Wenn du eine schwierige Besprechung hattest mit deinen Kunden, kommst nach Hause und versuchst, ihnen freudestrahlend davon zu erzählen, dann hörst du vielleicht, ja, aber mir ist auch was geschehen, etwas viel Wichtigeres. Und dann fängt er an zu erzählen, wie wichtig das war, bis ins kleinste Detail. Oder aber, er macht deinen Erfolg, deinen Anteil kleiner, indem er sagt, naja, dann war das ja wohl doch nicht so schwer. Oder, die waren bestimmt einfach nur freundlich gewesen oder wollten halt nur schauen, dass das Meeting schnell vorüber geht. Narzissen sind da echt erfinderisch und es würde mich nicht wundern, wenn du all diese Formen mit der Entwertung und Kritik schon erlebt hast. Punkt 2. Narzissen brauchen exzessive Bewunderung. Narzissen brauchen exzessive Bewunderung und das ist seine allerliebste narzisstische Bestätigung. Okay, wir alle brauchen, mögen, lieben es ab und zu bewundert zu werden. Beim Narzissen ist es allerdings ein Fass ohne Boden. Er braucht sie permanent, immer wieder. Und am ehesten kriegt er die natürlich in einer neuen, sich anbahnenden Beziehung. Er erzählt dir, du bist das Größte für ihn oder indem er mit seinem Charme trumpfen kann. Und glaub mir, vor allem grandiose und maligne Narzissen und Narzisstinnen können da extrem charmant sein. Das ist aber auch später in der Beziehung so, wenn er flirtet, dann vermutlich weniger mit dir, sondern eher mit jemand anderem. Oder wenn er fremd geht. Du kannst seine Gier nach Bewunderung sehen an seinem Auto. Was für ein Auto fährt er? Und vor allen Dingen, wie fährt er denn sein Auto? Wie weit ist sein Auto ein Statussymbol für ihn? Mitunter kann die angestrebte Bewunderung halt auch durch die Fassade einer schönen, glücklichen Standardfamilie sein. mit Reihenhaus oder Villa, wenn das Geld dafür ausreicht. Dazu kommen dann noch die Freundin oder die Frau und zwei, drei Kinder, wie im Bilderbuch. Was hinter der Haustür passiert, ist was ganz anderes. Aber es geht nicht nur darum, dass er großartig ist, dass er einen tollen Wagen von mir aus hat. Andere müssen es merken. Sie müssen es ihm widerspiegeln und sie müssen halt auch darauf reagieren. Also stellt er seinen Wagen, den Traumurlaub oder die Rolex ganz offensiv zur Schau. Understatement wirst du bei ihm wohl eher nicht finden. Der Applaus der anderen ist für den Narzissten sein Lebenselixier. Freilich gilt das eher für den Grandiosen als für den verdeckten, fragilen Narzissten. Bei letzterem musst du da schon ein bisschen genauer hinschauen. Punkt drei. Narzissten missachten die Regeln des sozialen Miteinanders. Regeln des sozialen Miteinanders gelten für ihn nicht. Okay. Er kann sich mitunter vorzüglich benehmen. Er kann der ideale Partner sein, wenn er das möchte. Der generöse Gastgeber oder halt auch der perfekte Schwiegersohn. Aber das ist eine Maske und diese Maske kostet ihn Energie. Er kann sie nur eine gewisse Zeit lang aufrechthalten, um dann sein wahres Gesicht zu zeigen. Vielleicht kennst du das, wenn du mit dem Strahlemann bei den Eltern oder auf einer Party warst und dann unten im Auto, wenn er mit dir alleine ist, seine Maske fällt und er sofort über die anderen herzieht oder gleich das Gewitter über dich hereinbrechen lässt. Apropos Auto. Schöne Stichwort. Beim Auto siehst du auch wieder die Missachtung der Regeln des sozialen Miteinanders durch den Narzissten. Egal, ob es darum geht, falsch zu parken und sich auf den Behindertenparkplatz zu stellen, ob er rasant fährt, gefährlich fährt, er vielleicht rücksichtslos drängelt oder anderen die Vorfahrt nimmt mit der Begründung, er wäre ja sowieso schneller gewesen und der andere war einfach viel zu lahm. Du erkennst seine Missachtung der Regeln zwischen Menschen auch direkt an seinem Umgang mit dir oder mit anderen. Er entwertet, er beschimpft, er manipuliert rücksichtslos und missbraucht Vertrauen. Alles unter der Prämisse, dass soziale moralische Normen für ihn gar keinen Geltungsbedarf haben. Er lässt sie gerne für andere gelten. Er pocht sogar darauf, dass andere entsprechend ihm gegenüber sich so verhalten müssen. Er selbst steht jedoch außerhalb dieses Systems. Für ihn gelten diese blödsinnigen, unsinnigen Normen nicht. Und vor allem, es interessiert ihn nicht, wenn er die Bedürfnisse seiner Mitmenschen ignoriert. Punkt 4. Ein Narzisst idealisiert seine Partnerin. Er lebt in seiner eigenen, illusionären Welt. Und das betrifft sein Selbstbild und das betrifft auch sein Bild von der Partnerin. Sein Selbstbild ist so verzerrt, er hält sich wirklich für großartig, für unanfechtbar, für gottgleich, für erstrebenswert, für anhimmelungswert. Und das entspricht nur leider Gottes nicht seinem wahren Ich. Sein wahres Ich ist viel fragiler. Er ist unsicher, eher schambesetzt. Aber er versucht, das nach außen anders darzustellen, weil er einfach seine innere Welt gar nicht aushalten kann. Auch sein Partner bzw. seine Partnerin wird verzerrt wahrgenommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er idealisiert dich als Partnerin, und dann bist du die Einzige, die er je geliebt hat oder die Einzige, die ihn je versteht oder verstanden hat. Oder er entwertet dich, weil du für ihn minderwertig geworden bist. Ein Narzisst sieht nur schwarz-weiß. Wunderbar oder minderwertig? Himmel oder Hölle? Dazwischen gibt es nichts. Beide Bilder von dir sind nicht real, aber er kann zwischen diesem Entwerten und Idealisieren nicht den realen Menschen in dir sehen. Er sieht nicht dich, wie du wirklich bist, sondern nur eine Illusion. Da er dich auch nicht sieht, wie du bist, kann er dich auch nicht lieben. Er liebt nur die idealisierte Version von dir, das, was er in der Lovebombing-Phase gesehen hat. Entsprechend hasst er dich und verabscheut dich, wenn du nicht mit ihm in der Lovebombing-Phase bist. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und über ein Abo und denk daran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch zukünftig immer über neue Videos informiert wirst. Punkt 5. Ein Narzisst kann keine mitfühlende Empathie entwickeln. Wenn du eine Freundin hast und begegnest ihr und sie hat Liebeskummer und weint, dann siehst du, sie ist traurig. Du kennst das Gefühl auch von dir, willst ihr helfen, weil du nicht möchtest, dass sie leidet. Du willst sie trösten. Der Narzisst empfindet nicht so. Er erkennt ihre Gefühle, aber es fehlt ihm an der mitfühlenden Komponente. Er fragt sich nur, was ihm das bringt. Der Narzisst beziehungsweise die Narzisstin hat eine kalte Empathie. Kein Mitgefühl, kein Wunsch, das Leiden zu lindern oder zu trösten. Seine Empathie ist rein kognitiv, rein auf Verstandesebene, aber die ist ganz schön effektiv. Bei seiner Partnerwahl, als er dir begegnet ist, war er schon sehr selektiv. Er hat dich ausgewählt. Er war sich darüber klar, mit wem klappt sein Vorhaben am schnellsten. Wen kann er am ehesten in eine Abhängigkeit führen? Und genau diese Abhängigkeit ist für ihn notwendig. Er muss dafür sorgen, dass du von ihm abhängig wirst. Sonst würdest du ja die ganzen Entwertungen auch gar nicht mit dir machen lassen. Der Narzisst hat große Angst, dass er selbst verlassen wird. Deswegen auch seine krankhafte Eifersicht. Und das muss er verhindern. Am besten geht das, indem er dich wie eine Spinne in seinem Netz hält. Mitfühlende, warme Empathie hilft ihm dabei nicht und er kann das auch gar nicht aufbringen. Eine kalte Empathie, ein kühles Abwägen deiner Schwachstellen und die Überlegung, wie er mit möglichst wenig Einsatz erfolgreich ist, hilft ihm allerdings schon. Später in eurer Beziehung, wenn du ihm deine Verletzlichkeiten gezeigt hast, die Wunden deiner Vergangenheit, wird er sich genau merken, wie er dich verunsichern und verletzen kann. Seid ihr sicher? Er wird genau die Knöpfe drücken, die dir wehtun und mit denen er dich wieder zurückbekommt. Punkt 6. Der Narzisst hat eine extrem hohe Berechtigungshaltung. Er denkt, es steht ihm zu, bevorzugt behandelt zu werden. Er will den besten Tisch im Restaurant haben, er will die Aufmerksamkeit des Kellners, der Leute auf der Party haben oder deine Aufmerksamkeit. Er will deine Huldigung haben, er will die Huldigung all derer haben, die um ihn herum sind. Findet er keinen Parkplatz, stellt er sich halt auf den Behindertenparkplatz. Sauber einparken? Nicht nötig. Zwei Parkplätze zu blockieren, steht ihm halt zu. Drängeln auf der Autobahn, permanent links mit Tempo 200 und mehr? Er darf das. Es geht nicht nur um Autofahren und das Restaurant. Genauso fühlt sich der Narzisst berechtigt, dir gegenüber unfair und aggressiv zu sein, seine Bedürfnisse durchzusetzen, selbst wenn du darunter leidest. Und das bringt ihn dann auch gleich zu einer doppelten Moral. Er darf sich so verhalten, du nicht. Wenn er krank ist, verlangt er deine Zuwendung und deine Dienste. Bist du krank, kannst du die gleiche Fürsorge aber nicht auch von ihm erwarten. Punkt 7. Narzissten sind unfähig, Verantwortung zu übernehmen. Narzissten übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten, was sie in einer narzisstischen Beziehung an den Tag legen. Klingt ein bisschen wie ein unreifes Kind? Ja, das ist auch eine der beiden Komponenten, die einen Narzissten ausmachen. Der andere Teil ist der Intellekt des Erwachsenen. Da schafft der Narzisst in der Regel problemlos zu rationalisieren, warum er sich so verhalten muss und warum dieser Fall noch ganz in Ordnung war. Er erklärt dir, warum der Fehler nicht bei ihm, sondern bei dir allein. Weil du zu sensibel bist, weil du zu gereizt bist, weil deine Hormone, was auch immer. Es geht so weit, dass er selbst, wenn er fremd geht, es schafft, dir die Schulter für die Schuhe zu schieben. Weil du dich gehen lässt, weil du zu alt geworden bist, weil der Sex mit dir zu langweilig ist oder seine Bedürfnisse halt einfach nicht erfüllt werden. Oder weil es einfach ganz normal ist, ab einem gewissen Alter, sich fremd zu gehen. Er wird schon irgendwas finden, um die Verantwortung auf dich abzuwälzen. Ein Narzisst kann, will und wird keine Verantwortung für seine Taten übernehmen. Warte darauf und du wirst ewig warten. Punkt 8 Narzissen haben eine geringe Frustrationstoleranz. Die achte Eigenschaft eines Narzissen ist seine geringe Frustrationstoleranz, am besten noch gepaart mit einer hohen Impulsivität. Am ehesten erkennst du das wieder im Straßenverkehr. Stell dir vor, er hat einen Termin, er muss irgendwo hin und es ist Stau oder ein zu langsamer Autofahrer vor ihm. Ja, wir alle sind dann ein bisschen verärgert und frustriert. Bei ihm wird das eine ganz andere Nummer. Schau mal, was er über den Fahrer vor ihm sagt und wie er sich verhält. Wie weit er drängelt oder aggressiv fährt. Er hat einen mitunter riskanten Fahrstil, um dieser Frustration zu entkommen. Er kann sie nicht aushalten. Genauso mag es ihm gehen, wenn irgendwas nicht nach seinen Wünschen verläuft. Und auch da ist er wie ein kleines Kind, dem du den Lolli wegnimmst. Aus seiner Frustration folgt eine Aggression als unreifer Bewältigungsmechanismus auf das unangenehme Gefühl. Eine gereifte Persönlichkeit würde die Frustration annehmen und erkennen, wie er angemessen damit umgeht. Nicht so der Narzisst. Unter seiner Aggression werden andere leiden, doch das interessiert ihn nicht. Ebenso wenig interessiert es ihn, ob er seinen Frust Stunden später an der Sekretärin dir oder euren Kindern auslässt. Nur an seinem Chef, Polizei oder sonst irgendeiner machtvolleren Menschen wird er seine Aggression nicht abbauen. Ganz schön clever, nicht wahr? Er kann warten. Er muss gar nicht so impulsiv sein wie ein kleines Kind, das seinen Lolli nicht bekommt. Der Narzisst kann sehr bewusst analysieren und abwägen, wen er fertig macht. Punkt 9. Seine Bedürfnisse sind ihm wichtiger als deine Bedürfnisse. Genau genommen interessieren ihn deine Bedürfnisse überhaupt nicht. Er geht nicht auf dich ein. Er geht natürlich auch nicht auf deine Wünsche oder Bedürfnisse an. Er berät sich nicht mit dir, was seine Karriereplanung angeht oder seine Freizeitgestaltung, was sein Auto betrifft oder seine Ausgaben. Selbst eure Intimität, euer Sex orientiert sich nicht an deinen Bedürfnissen, sondern dient ausschließlich seinem Ego. Wenn er ein perfekter Liebhaber ist, dann weil das für sein Ego relevant ist. Nicht, weil er deine oder eure gemeinsame Lust erfüllen will. Wenn deine Bedürfnisse nicht wichtig sind, dann weißt du, wohin das führt. Du wirst nicht wahrgenommen. Wenn du nicht gesehen wirst in deinen Bedürfnissen, dann bekommt die ganze Beziehung eine Schieflage und eine Einseitigkeit. Und das kann man auf Dauer nicht aushalten. Punkt 10. Narzissen lassen andere spüren, dass sie unter ihm stehen. Schau dir an, wie er mit für ihn unwichtigen oder untergeordneten Menschen umgeht. Mit Kollegen, die ihm keine Vorteile bringen, mit den Reinigungskräften, mit dem Kellner. Schau dir an, wie er reagiert, wenn er auf den Kellner zu lang warten muss, wenn die Tischdeko nicht prasst, wenn die Speisen nicht so sind, wie er sich das vorstellt. Dann kann er gelinde gesagt ziemlich arschig werden. Warum gerade bei diesen Menschen? Sie sind ihm gelinde gesagt egal. Einerseits kann er keinen für ihn nennenswerten primären Vorteil aus ihnen ziehen. Denn was kann die alte Dame an der Kasse, die langsam ihr Geld zählen muss, ihm schon bringen? Oder die Reinigungskraft in der Toilette, der schicken Bar? Andererseits zieht er einen sekundären Vorteil daraus, wenn er sie entwertet oder sie seine Verachtung spüren lässt. Der Narzisst zieht seine narzisstische Versorgung jetzt in Form der Erniedrigung anderer und spürt so seine Macht. Außerdem braucht er hier nicht seine manipulative Maske tragen. Er muss sich gar nicht mehr verstellen, gar nicht mehr freundlich tun und das spart ihm Energie. Für einen Narzissen stellen sich soziale Beziehungen anders dar als für dich. Er sieht in dem anderen Menschen nur einen Tauschpartner. Er sieht nur, was er von ihm bekommen kann, also Anerkennung, Umhuldigung, Lob, Bewunderung oder Furcht. Wenn er das alles nicht bekommen kann, ist der andere Mensch für ihn wertlos und so kann er machen, was er will. So, das waren 10 Punkte, an denen du vielleicht erkennst, was in deiner Beziehung passiert und wie weit sich dein Partner auf der Narzissmus-Skala bewegt. Narzisst oder Idiot? Ganz egal. Wenn dir eine Beziehung nicht gut tut, steig aus. Schreib mir mal in die Kommentare, wie viele von diesen 10 Punkten du in deiner Beziehung wiedererkennst, beziehungsweise vielleicht hast du auch noch ganz andere Punkte, bei denen du denkst, ja, genau das nervt mich so an ihm so sehr, das ist doch bestimmt typisch narzisstisches Verhalten. Ich danke fürs Zuschauen und wenn du mehr sehen willst zu Narzissmus, Liebe und partnerschaftlicher Beziehung, dann lass ein Abonnement da. Pass auf dich auf und bis bald, Jörg von Liebesallerlei. Ich habe dir hier ein paar Videos verlinkt, die dich eventuell interessieren könnten. Jörg von Liebesallerlei. Jörg von Liebes allerlei. Vielen Dank.